Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing von der Goodiebox. Das heißt, wenn du wissen möchtest, was in meiner Goodiebox drin ist, dann bleib doch einfach. Es ist eine neue Box aufgetaucht, die ich noch nicht kenne. Ich glaube, die ist ziemlich neu. Das ist die Goodiebox aus Dänemark. Genau, so sieht die aus und ich bin wirklich sehr gespannt, was sich dort verbergt in dieser Goodiebox. Es ist ein Schuber und bevor ich die auspacke, möchte ich euch gerne mal kurz erklären, was das für eine Box genau ist. Und zwar ist es eine, wie gesagt, eine Box aus Dänemark und die kostet im Monat 19,95 Euro und es soll immer ein Wert drin sein von über 70 Euro. Die Box enthält immer 5 bis 7 Beautyprodukte und du erhältst mindestens 2 Produkte in Originalgröße. Die anderen Produkte haben eine Sondergröße und alle Produkte sind von lokalen oder europäischen Marken. Unter anderem berücksichtigen wir, wie natürlich vegan und ökologisch die Marken sind. Außerdem achten wir darauf, dass sie recycelte statt sekundär Verpackungen verwendet und eine positive CO2-Bilanz haben. Hört sich sehr, sehr gut an, habe ich mir gedacht, bevor ich sie bestellt habe. Genau, und ich hatte vorher immer die Vegan Beauty Basket gehabt, die mir auch immer sehr gut gefallen hat, aber ich wollte einfach mal wieder was Neues ausprobieren und ja, da habe ich die Goodiebox gefunden und ich möchte sie heute mit dir auspacken. Das ist wirklich eine praktische Box, ja, weil du die Box sehr gut wiederverwenden kannst, indem du hier einen Schnuber hast, ja, kannst du sie sehr leicht öffnen und wieder schließen. Genau, ich mache mal den Schnuber jetzt auf und da fällt mir ein Flyer-Alge. Wenn du zweifelst oder im Zweifel bist, tanze es heraus, Box. So nennt sich die Box. Die, wenn du in Zweifel bist, tanze es heraus, Box, so ungefähr. Dann kommt hier ein Discount-Walsher heraus, 25% bei e-cooking.com. Sagt mir so gar nichts, ja, irgendwas mit Küche, muss ich mir gleich nochmal anschauen. Und dann haben wir jetzt hier das Seidenpapier, den Aufkleber mit dem Goodiebox-Logo und ich werde es jetzt öffnen und dann einfach mal die Produkte herausnehmen. Ich hoffe mal, der Flyer ist da drin, damit ich jetzt schauen kann, wie viel die Produkte gossen. Ich greife mal rein. Ja, da ist, ne, da ist ein Gutschein. Das ist ein Gutschein, 10 Euro für TheHairLust.de. Kenn ich gar nicht, aber die ist hübsch aus. Muss ich mir auch nochmal die Nähe anschauen. Ja, ähm, ich habe keinen Flyer. Da ist kein Flyer bei. Ich habe keinen, ähm, I don't know, I don't know. Ich habe keinen, ähm, keine Broschüre, wo ich die Produkte ablesen kann. Ja, werde ich dann mal, äh, auf deren Seite schauen. Ja, hier sind schon alle Produkte, ähm, aufgelistet, ähm, abgebildet. Ja, ja, gut, da muss ich halt, ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch so war, falls ihr eine Goodiebox bekommen habt, dann, äh, schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob da ein Flyer bei war. Bei mir war kein Flyer bei. Auf jeden Fall kann man sich dann hier auf der Seite anschauen, ähm, was alles drin ist. Äh, wenn man dann hier so weitergeht, ähm, dann kann man, denke ich mal, auf die, äh, Produkte klicken und dann wird man weitergeleitet zur Beschreibung. Okay. Ja, gut, fangen wir jetzt einfach mal an. Ähm, also der Pinsel war jetzt nicht dabei bei mir. Extra-Produkt. Ist das hier dabei? Ja, genau, also, dann habe ich hier, also das ist Produkt, das ist ein Blurring Primer und Finishing Fix, steht hier, von Fix & Rouge. Ja, ein Primer halt, denn wenn ich jetzt hier draufklicke, werde ich weitergeleitet? Nein. Okay, ja, da muss ich nochmal nachschauen. Dann werde ich euch, wenn ich die Preise finde, ähm, werde ich die, äh, hier irgendwo einblenden. Das finde ich ja doof. Auf jeden Fall, äh, es ist ein Primer. Ich werde den gerne austesten. Die Verpackung finde ich jetzt nicht so toll. Die ist zwar hübsch, aber, äh, es ist eine große Öffnung hier oben und das Produkt sammelt sich dann hier unten. Ja, das heißt, man muss das Produkt so halten und es dann öffnen, bevor man es umdreht. So, als nächstes haben wir Hair Growth Formula. Ja, mhm, das sind diese Haartabletten. Ähm, Haar, äh, Bonbons, glaube ich. Ähm, Hair Growth Formula. 45 Kaubare Gummis, zuckerfrei. Ja, ist hier abgebildet, aber ich komme da irgendwie nicht zur genauen Produktbeschreibung und zum Preis. Ansonsten, ähm, ja, ich gucke mal, ob ich das öffnen kann oder ob das noch versiegelt ist. Äh, ist versiegelt, werde ich nicht öffnen. Okay. Das nächste Produkt ist ein, äh, eine Farbglanzspülung von Botanicals Fresh Care. Das ist in der Sorte Rose, Rose und Geranie. Ähm, Botanicals sagt mir schon was, äh, aber ich habe die Marke jetzt noch nicht ausprobiert von L'Oreal. Ähm, ja. Werde ich austesten. Mal gucken. Für koloriertes Haar. Es ist vegan. Ähm, 98% natürlichen Ursprungs. Ja. Dann habe ich hier The Cur Ähm, The Cur Was ist das? Ein Correcting Serum. Ein Direktkorrigieren. Wo ist denn hier Deutsch? Ah ja, ne, Deutsch steht ja nicht. Hahaha. Das ist eine Katastrophe. Ja, gut. Also dann übersetze ich. Das ist The Cur Stockholm. Und das ist ein, eine Tube. Das kann man hier auf dem Bild erkennen. Äh, genau. Und das ist eine, ähm, Pflege für, ein Serum für die Haut. Ähm, und angeblich soll es direkt korrigieren. Das heißt, man trägt sich das Serum auf, ähm, wahrscheinlich auf die Fältchen oder so. Und dann kann man so einen kleinen Sofortaffekt sehen. Ähm, genau. Paraben frei, Sulfate frei, Mineralöl frei und so weiter. Das nächste Produkt ist, oh, das ist cool. Äh, ich hoffe, das ist nicht viel zu dunkel für mich. Ähm, das ist ein Self-Tan, denke ich mal, ne. Das ist ein Selbstbräuner, oder? Love at first tan, ich denke mal. Und hier gibt es verschiedene Bräunungsstufen. Das ist Bräunungsstufe 2. Ähm, es ist, soll ein Mousse sein. Und, äh, jo. Mir kann ich dazu nichts sagen. Es tut mir leid. Ähm, es ist wahrscheinlich, es ist eine Full-Size-Größe. Und da sind 200 Milliliter drin. Ähm, genau. Hier ist der Pumpspender für die Mousse-Konsistenz. Ja, ähm, Selbstbräuner finde ich interessant, probiere ich aus. Ich hoffe, es ist echt, ähm, die haben mir das nächste Dunkel, ähm, das Dunklere ausgewählt. So, das war die Goodie-Box. Ähm, eins, zwei, drei, vier Produkte. Eins? Waren das vier Produkte? Ja, ich habe nur vier Produkte. Eins? Ne, fünf. Entschuldigung. Fünf Produkte. Ähm, ja. Ja, es sind, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt wenigstens eine Broschüre hätte, wo ich das hätte, schnell nachschauen können, was das genau ist, wie viel das kostet, ähm, jo, dann wäre es optimal gewesen. Aber so, ähm, muss ich mir das wahrscheinlich auf der jeweiligen, ähm, Homepage des Anbieters anschauen. Weil hier gibt es kein weiter, weiter, sorry. Not sorry, hm. Ich dachte, das Handy will sich bei mir entschuldigen dafür, sorry. Ähm, das Handy, die Goodie-Box. Naja, ähm, auf jeden Fall hätte ich mir das heraussuchen müssen. Und, ähm, ich werde die Preise heraussuchen, wenn ich die finde. Und, ja, das finde ich natürlich nicht so schön. Die Produkte, ähm, also angeblich soll in dieser Box noch das hier drin sein. Ein Zusatzprodukt. Extra-Produkt. Das habe ich nicht bekommen. Ähm, ich kann ja mal bei Goodie-Box nachfragen, ob das bei mir vergessen worden ist, ähm, oder ob das grundsätzlich nicht in jeder Box drin ist. Das finde ich natürlich schade. Das ist nämlich ein, äh, Pinsel, ein Blush-Brush. Naja, okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, die Produkte haben eigentlich eine gute Größe, finde ich. Ja, also zum Beispiel dieses, äh, dieses Selbstbräunungs-Mousse ist eine Full-Size-Größe. Ich denke mal, dieses Haar, ähm, ja, Haargummis, also Haargummis zum Essen, ähm, ist eine Full-Size-Größe. Also, Botanicals von L'Oreal wird auch eine Full-Size-Größe sein. Der Primer wird auch wohl eine Full-Size-Größe sein. Da sind, ähm, 30ml drin. Ich glaube nicht, dass es da eine größere Variante gibt. Ähm, ja, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, das ist eine Sondergröße, ist dieser, ähm, Korrektor, also dieses Serum. Kann, ja, kann es, kann sein, ja, kann sein, dass es eine Sondergröße ist. Ähm, genau, aber wegen dem Pinsel und so werde ich mal nachfragen, weil die, die möchte ich schon haben. Naja. Ja, okay, ähm, hm, also unser erstes Mal, das war nicht so tolle, liebe Goody-Box. Äh, okay, dann, äh, schaue ich mal, dass ich da die Informationen heraus, ähm, zusammensuche. Und, ja, ich, alle weiteren Informationen findest du in der Infobox. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonnier diesen Kanal, wenn du Lust dazu hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Arramt. Yeah.